Es war wunderbar, außer wenn Bonny in der Nähe war. Mal sehen, ob du mit dem Holz jetzt noch Feuer machen kannst, du Hexe! Ich setzte meine Kraft nur sehr vorsichtig und gezielt an, aber manchmal konnte ich einem nicht widerstehen. Das war's für heute. Hey, seht mal, Angelica's Lagerfeuer brennt schon. Können wir uns zu dir sonst natürlich kommen? Nach dieser Episode habe ich nur noch einmal...